Guten Morgen Männer, ich bin gerade mitten im Blaubeuren und ich sitze vor dem Urmu, das urgeschichtliche Museum. Ich glaube, viele von euch kennen das. Ich starte jetzt meinen kleinen Stadtrundgang und nehme euch schon mal mit und ich bin gespannt, ob ihr alle Aufgaben löst, die ich euch heute stelle. Okay, hinter mir in dem Museum ist eine klitzekleine Statue, die ist 40.000 Jahre alt, also uralt aus der Steinzeit. Und das ist eine der bekanntesten und ältesten Statuen, die ein Mensch gebastelt hat, die es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. So, außerdem ist hinter mir ein Meteorit, also ein Stein, der aus dem Weltall auf die Erde geplumpft ist. Und den haben sie erst vor kurzem hier in Blaubeuren in einem Garten gefunden. So, genug gelabert, ich laufe jetzt einmal durch die Stadt und hinter mir seht ihr ja schon an diesem Gebäude, da gibt es ganz viele Holzbalken im Haus. Das nennt man ein Fachwerkhaus und reiche Städte und alte Städte, die haben solche Fachwerkhäuser. Daran erkennt ihr schon an den Häusern, hu, alte Stadt aus dem Mittelalter, ne? Clever, alle kapiert? Gut, weiter geht's.